Eine neue Perspektive. Souvenir mitgenommen. Hier ist das Brief. Briefe. Schauen wir sind dankbar zu hören. Ist das der Brief von Cassidy oder? Wir sind dankbar zu hören, dass du in Sicherheit bist und wach bist. Die PC hat uns kontaktiert, als sie dich bewusstlos in Humboldt County gefunden haben. Wir durften dich nicht im Krankenhaus besuchen, doch wir hoffen, dass du so schnell wie möglich und gesund bist. Die Ärzte sagen, dass du nach diesem Koma stärker denn je bist. Das Wichtigste ist, jetzt da eine Dinge zu finden. Wir helfen der Polizei so sehr, wie wir es können. Oh nein. Sie wollen wirklich helfen, ihn zu finden. Behaupten sie. Hoffentlich spiegelt sich das Positiv in deinem Gerichtsverfahren wieder. Wird es nicht. Wir wissen, dass dies schwer für dich sein muss. Nach all dem, was du und dein Bruder durchgemacht habt. Ihr seid beide Tag und Nacht in unseren Gedanken und Gebeten. Denkt daran, ihr seid Familie und wir lieben euch. Wir hoffen dich. Wir hoffen dich so bald wie möglich in Jolena Shaw zu besuchen. Pass auf dich auf. Da werden wir nicht hinkommen. Nicht so lange ich frei entscheiden kann in dem Spiel. Chris bestand darauf, dir etwas zu schreiben. Es ist in diesem Brief beigefügt. Er weiß nicht, dass Daniel vermisst wird. Ich bin so glücklich, dass Chris okay ist. Oh, Captain Spirit. Ein Brief von Captain Spirit. Hi Sean und Daniel. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht es gut, aber ich vermisse euch beide total. Sehr schön. Nach meinem Unfall musste ich ewig einen Gips tragen. Ich war den ganzen Winter in meinem Zimmer eingesperrt. Voll blöd. Unser Retter. Doch jetzt ist Sommer und ich kann wieder spielen. Der ganze Schnee ist weg. Ihr solltet vorbeikommen und euch Beaver Creek ohne Schnee ansehen. Ich warte auf euch. Chris, Chris und Captain Spirit. PS. Wir müssen Beaver Creek vor den Sumpfkäfern retten. Ach, sehr schön. Sagt doch nicht sowas. Sagt doch nicht sowas. Könnt es nichts Hecht kämpfen fühlten. Was? Wow. Ich habe dich in einem langen Zeit nicht gesehen. I know I fucked Daniel over. Again. And now he's gone. Where would he hide out? A ten-year-old by himself? Out there? He might go back to Seattle. But too far. Nowhere to go. If he tried to hook up with Claire and Steven. They would have definitely told me. Or the cops. If he tried to hook up with Claire and Steven. They would have definitely told me. Or the cops. What does that mean? It means that Daniel... Daniel is with Jacob somewhere? He's safe? I could see him again. A hint. He has a beer. Daniel schläft the same day. He will train more. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen uns verstecken. Es ist nicht leicht. Ich habe mir eine Decke und ein paar andere Sachen aus dem Zelt geliehen. Gebe ich dir zurück. Wenn du für deinen Superwolf Comic herkommst. Ich warte auf dich Jake. Skizzenbuch und Tagebuch. Was soll man nicht komplett lesen? Hmm. Wir haben die neuen Arbeiter aus Europa getroffen. Anders und Ingrid. Oder Ingrid. Niedriges Paar. Da möchte ich gleich ins Ausland reisen. Eines Tages. Hatte eine lange Unterhaltung mit Jacob. Ist wie ein kleines Kind. Und er lebt in irgendeiner religiösen Kommune in Haven Point in Nevada. Er scheint ihm gut zu gehen. Frei. Let's go. Let's go. Let's go. Ein Fluchtweg aus dem Gartenhaus finden. Hier sind wir ein Einzelzimmer. Das ist auch etwas unrealistisch. Vielleicht könnte ich einen Decoy-Shahn in dem Bett schrauben. Ich habe dich im Monster in deinem Bett. Ich könnte mir das Buch helfen. Auf jeden Fall. Okay, gehen wir aus dem Fenster. Na klar, findet man sich nicht. Damit sich keiner rausstürzt. Da ist ein Braunkgerüst. Da müssen wir hin. Das könnte was werden. Wir müssen einen Stift haben. Die Visitenkarte. Ja. 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 Ich könnte auf den Seite des Gebäudes. ... oder sterben zu versuchen. Schade, das ist nicht ein Film. Ich kann sogar nicht fit. Und was momentan wir das Ding aufbrechen können? Fluchtplan. Natürlich müssen wir über das gesamte Krankenhaus, weil es durchs Fenster nicht geht. Wir sind hier primärer Fluchtweg, sekundärer Fluchtweg, Notausgang, Schalttafel, Feiern des Feuers. Begeben Sie sich sofort zu einem Notausgang. Bunsen Sie nicht die Fahrstühle. Beführen Sie den Evakuierungsvorgang. Begeben Sie sich zum Sommelpunkt. Wir müssen ein Entfeuerungslösen. Damit hätten wir eine Waffe. Sorry, wir haben versehentlich was abgebrochen. Nice job, Sean. Now the guard is awake and pissed off. Tja... Das Zechnen werden wir auch noch wieder lernen. Nen, nen, nen nen, nen nen, ach du scheiße Wir haben denen vorher nichts zugemacht ein tödlicher fehler nein 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 mach den verdammten vorhang zu mach den verdammten vorhang zu mach den verdammten vorhang zu noch hast du nun ein fenster aufgebrochen es muss noch nichts heißen wächter überfallen nicht so lange was auf andere wegen gewinnen können wächter überfallen hätte ich für eine blöde idee erschreck dich nicht ganz vorsichtig langsam wieder reingehen nicht aber sterben ganz langsam ganz langsam du kannst das schaffen dann müssen wir keine wache überwältigen vorsichtig die fenster kann man nicht einfach runterklettern und sind wir wieder drinnen so dreck ok wenn den wächtern nicht überwältigen müssen es gibt alarm und wenn du es schaffen wir es nicht ganz nein 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 schlafhalter ein bisschen medizinisch genommen und weiter auf die flucht oh nein das ist Finn das ist Finn keine Ahnung was er macht hier in mitnehmen Finn Finn hey hier 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 ich hier 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 er sagt wie du es machst und komm jetzt So, wo ist Daniel? Ich kann dir nicht sagen, Finn, aber ich werde ihn zurückkommen. Gut, ich bin nicht schuldig, dass du mir nicht mehr信 musst. Das ist meine Schuld, dass du hier bist. Kommst du mit? So, eine dumme Frage, aber wie geht's dir? Wie geht's dir? Na, du weißt, es ist ein bisschen schuldig. Kein Kokonut-Drink hier. Also, wie schlecht ist es? Du bist, ich würde sagen, du hast noch einen übrig. Sean, ich weiß, dass das jetzt nicht schuldig bedeutet, aber ich bin sorry. Aber gut, dass da Finn drin ist, sondern nicht irgendwer anders. Aber spiel, wie wir vorwärtszukommen. Okay, er wird wohl nicht mitkommen. Sind wir alleine? Ich bin alleine. Oh, du klauen oder was? Wirundy'n wir noch, Anna, laufe namen. Wir werden loslegen. Okay. Okay. Okay, da sind wir reingekommen. Und auf geht's. Mit Autos und Dwarf Fischen unterwegs. Sekretar, Sekretar. Hospital. 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 Wir haben einen Rucksack und ist das unser Item. Hospital. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Deppos? Life is Strange 2 Episode 4 Faith Glaube 1 2 3 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020 hat die Polizei inzwischen bekommen, dass wir weg sind. Untertitelung des ZDF, 2020 GTA Jetzt haben wir halt hier so eine kleine schwarze Halbvignette, links als ob wir die Visitenkarte haben. Oh nö. Familienmutterauto geklaut, das ist scheiße. Zu erledigen 8. Mai, 8.45 Kinder absetzen, 10 Uhr Nacht, Untersuchung im Krankenhaus, Mittag bis 13.30 Uhr Mittag mit meinem Göttergarten, 14.00 Uhr Mrs. Scotts Röntgenbluttest, 15.30 Uhr Kinder abholen, 17.00 Uhr Nachtschicht. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018